Musik Jetzt bin ich bereit für die Alarine. Also ein Viertäusiger, das ist jetzt nicht ein Hand im Hosesack, obwohl man relativ weit mit dem Benli Uwe-Fahrer kam bei uns in Sassfe bis auf 3,5 und viele sagen, es sind 500 Höhenmeter. Ja, das läuft beim Wandern ja easy, aber es ist eben von 3,5 auf 4,000. Ist das dein erster 4,000? Ja, das ist der allererste. Das ist sicher nicht dein letzter, glaube ich. Meinst du? Ja, nein. Hier, wo die Skifahrer nicht zu kommen, ich gehe ein bisschen auf der Seite rechts und nachher über den Schlepplift, bei der Terrasse ein bisschen und nachher 100 Meter weiter. Das ist eine Spur und nachher seile ich mal da an. Ja, da musst du einfach ein bisschen mehr lüpfen, geht die Zack. Aber sonst. Und kein Catwalk. So, jetzt haben wir gestartet. Der erste Teil der Strecke. Jetzt laufen wir hier los, wo wir eigentlich an den Ski fahren. Hier ist mein Trainingsgebiet im Sommer. Und das ist unglaublich. Wenn man die Piste hier einbein vorzieht, merkt man eigentlich gar nicht, wie steil das ist. Hier lasse ich immer schädeln lassen. Und hier am Laufen geht es schon recht in Atem. Ja, also ich habe schon gedacht, mit einem Bergführer werde ich arbeiten. Alleine wollte ich hier sicher nicht in den Prüf gehen. Aber es gibt Schneebrücken, es gibt viele Gletscherspalten. Man muss einfach wissen, wie du an den Prüf gehst. Und aber wäre es immer mit dem Seil gegangen. Teilweise hat er mich kurz gemacht. Teilweise hat er mich lang genommen, wo es hekel ist geworden. Hier ist mein Reich. Mein Sommerreich. Vorher habe ich. Ich habe heute Morgen hier noch auf der Piste trainiert. Abwärtspiste. Der ganze Weg der Prüf war wunderschön. Ich fühlte mich ein bisschen wie im Bingo-Land. Da konnte es extrem schöne Eis zapfen. Es war extrem abwechslungsreich. Ich habe eigentlich alles genossen. Die Heke, das ist gegangen, jeden Meter habe ich gespürt. Das ist einfach die Heke, die nur mal 500 Meter Heke ist von hier unten. Das ist eine sehr schöne Ausgabe. Wow. Wow. Fäh. Joch. Hammer üssig. Hammer. Mega schön. Jetzt geht es gerade so. Sie stehbar in die Kuppenitschung. Jetzt geht es gerade ein wenig Stutzungen. Echt spaltig. Ja. Spaltig, eisig. Weir schaffen wir. Ja ja. Aber das ist ... Man merkt jeden Hochmeter, den man ihm macht. Ja. Geht eine Pumpa. Ein Viertusiger wird dann geschenkt, gell? Ist gut, bist du bereit? Super, ja. Das ist alles nur Grell. Das Ziel ist neu. So, die letzte Meta. Schrecken. Schrecken. Hey, mega cool, danke vielmals. Yes! Deine erste Viertusiger. Jetzt würde man Pause machen und vielleicht eine kleine. Kein Essen. Ein paar Chips habe ich bestellt. Chips sind immer gut Salz. Vorgestern bestellt, gestern war es. Alles dabei. Das reicht für uns beide. Schmeckt schon was. Mit meinen ersten Viertusiger. Aber nicht die letzten Viertusiger. Ja. 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 Untertitelung des ZDF, 2020